es hat so viel zu starten in den Schritt voraus immer muss man auf euch warten all das ist ja schrecklich ja immer immer dauerhaft er hat es ist schlimmer sich nimmt man irgendwann konnte sich noch ein ja bitte gleich die zu müssen das Interessante sind auch noch die Gip, 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 gip Ah! Inkompetent Jo, Leute, das sind wir wieder zu einer neuen Folge Rocket League Yay! Und heute, ja, seht ihr mal eine andere Ansicht die coolere Ansicht die beste Ansicht meine Ansicht ey, 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 ey Ich wurde weggehauen, ja? Genau Ja, denn ich habe mir jetzt einen geilen PC gekauft, das kann ich auch mal wieder ein bisschen was öfter aufnehmen Musste ich jetzt einfach direkt mal Ja, ganz genau so ist es nämlich Eigentlich ja nicht, aber egal Ja Ich habe mir selbst einen zusammengestellt Stärkung links nebisch aber wie kriegen 100 Euro pro Klick, der darauf gemacht wird Damit das Bild wieder nach finanziert kann so also später oder er geht ja ganz genau so wird nämlich eigentlich nicht mehr Ehe das ist die Sache ich hasse dich damit ich nicht damit ich guck mal was ist das denn bitte es wird nur unverschämt ist das ist ja ich wollte gerade sagen erwähnt könnte man vielleicht noch dass Markus der Schwachmat da ist und Ben der Schwago ey der ist aber nur im TS der spielt nicht mit der ist nämlich ein Lappen sag ich doch er ist ein Lappen ich kann kein Rockkirchleak haben ich verstehe es auch nicht es ist so es ist ein Fehler in der Matrix ist der ja noch ein Fehler in der Matrix Ben versteht keinen Spaß so das machen wir mal oh naja wir spielen übrigens heute Hockey League falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet ich nenne das jetzt Hockey League so heißt auch die Folge ey Tafik du gehst mir voll auf den Keks Alter das kannst du wohl echt nicht sein ich hab Keks gesagt Keks Mann was ist mit dir ey Keks was willst du von mir Keks ja da Keks ich bin ich bin drüber geflogen ich hasse immer noch den starten diesen Kumpel Leil Leil warum es sich da bin ich nicht um Entschuldigung ich habe meine Ebenen da wird gemacht also das ist sehr negativ da ist Tocco und mann Rp mann erhebt auch die E-Mail alles klar Plus, plus, plus Leute, tschüsst du sich erst mal. Oh Leute, hat Sache. Die haben halt Angst vor uns. Markus. Ich bin hier, Wichtel. Was machst du so? Was bist du, Wichtel? Was machst du so? Bleiben, wie war das denn? Was machst du so? Hey, ich hab den nicht berührt. Hab, das ist ein lustiger Arme. Komm! Da, Markus, was war das bitte? Das war ein Scheiß, das war nicht mal gut. Das ist so gut. Ich bin der positivste Mensch auf Erden, man. Oh, 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 der ist drin. Alter, war der gut, ey. Ich hab den, ich hab, ey, ich hab den Typ. Das ist langweilig, Ganesha. Hey, was? Das ist jetzt nicht drauf reagiert. Auf was denn? Auf der Welt, ich hab's bis auf IV-positiv. Und da hast du nix drauf. Ja, das ist ja, aber wenn hat wenigstens klar. Verstehst du, aber du einfach... Hey, ich hab dich nicht mehr gehört. Hey, ich hab dich echt nicht gehört. Hey, ich hab dich echt nicht gehört. Hey, ich hab dich nicht gehört. Hey, ich hab dich nicht drauf. 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 Der kommt gut. Boah. Alter, der brennt. Der brennt? Okay, der hat ein bisschen Feuer unterm Hindern, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, ich mach jetzt einen Anschluss-Door. Was dagegen? Nee, okay. ja ich hab was dagegen ja dann macht guter Schalt ich möchte mal schauen, die Eis-Text fühlt sich irgendwie nicht so cool aus ich find die ganz geil die ist Batman man muss aber schon sagen, man könnte hier bei Rettung nicht eishockgelauschen aber ich bin der Batman was? ich bin Batman hier auf Allrad und mitreifen sowas, nicht um die Kufen ja natürlich gibt's das Span! du hast ja wohl überhaupt keine Grund du hast keine Grund, ey! das ist nicht aufzuregen das nicht der Wichterste bis zuerst jetzt das ist ja jetzt nicht auf dem Sohn hey, von solches nicht hoch bleiben ich find's witzig das sei ich mal Gold Gold Bordelucci, ey! das ist sie toll! das ist sie toll! der nächste Wichser ist weg der nächste Wichser ist weg die Wichsen alle zu schnell Trommeneu zufrieden er hat nur noch der Schittig-Ping-Duty-Star kein Problem alles klar ich find den Typ cool ich finde, der hat mir Kack-Ping wir sollten ihn rausworten das ist ja bitte so, das ist ja auch das Hintergrund der Namen Bob dann muss ich so ein Grund das würde ich so gut nicht furchtun nein, ich bin dumm ich bin dumm ich bin ja auch ein Otto ich bin dumm aber dann wäre ich witzig, wenn ich ein Otto wäre Otto Walters und schon ne? da müssen wir so was so kennen ja ne ein Philipp irgendwie ja nicht ein Philipp irgendwie ja nicht was bin ich? ein Philipp Pascal ja ein Philipp Pascal also ein Horst ich bin Ernst Thorsten Müller ich h... nein so, hör mal dann weit mal oh leu, ich muss ja auch losfahren Günther nein, Günther ist so abgestattet hast du etwa was gegen Günthers? hä? mein Ongleich ist Günther ich hab jetzt gemacht Alter, habt ihr bald alle Namen durch die ihr ein bisschen dumm findet? oder? so ey, der ist cool der Name ok, der gute Adi der gute Adi wer ist Adi? Adi hey, ich kenn eine die heißt Adi Adi? ist das nicht so ein Youtuber? ne das ist eine Politikerin oder so irgendwas in Israel also, ok ok what the fuck, ey zählen wir die Zelle Fetische hey, was zur Hölle, man was hat denn was hat das denn mit den Sagen zu tun? hast du so was gemacht? hä? oder so was ist mit euch, Alter? wir sind halt so erwachsen vollkommen, ja ja genau wie der mit seinem Namen da Lotho oder Lotho nein, der andere da, den man nicht aussprechen kann ach so, Klammer oh, da ist ein Experte dabei oh da ist mal eckige Klammer oh, eckige Klammer eckige Klammer oh so mach ich das das kann man nicht aussprechen da kann ich schon doch recht das muss ich einfach mal zugucken das ist schwer für mich zugucken musst du das, ja? hey, du hast zugucken gesagt gib's doch zu, du hast zugucken gesagt so wie du guck, er hat gelacht, das war witzig ein bisschen Budi bei die Fiji guck, er hat wieder gelacht, war wieder witzig was ist alles unter Kontrolle, mach ah pfff Leute, ich hab alles das ist hier das ist das ist oh hier kann ich nix für, muss ich nur mal zu meiner Verteidigung sagen der hat mich, da war der Typ, der hat mich da in den Puck gehauen da hab ich ja zur falschen Zeit, zum falschen Punkt gestanden aber ich hab alles unter Kontrolle, man Parade du hast zur falschen Zeit, den falschen Punkt getroffen au uu 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 ja hey, das hilft wir haben's verstanden ne, uu das ist echt, du bist so ein Süchtler ein Süchtler, was ist denn ein Süchtler? und vor allem nach was süchtlich? nach Keber nach uu ok der war scheiße ich glaub mir was zu gefunden, hat's ein bisschen lang gedauert aber ok was hat das lang gedauert? wie können denn das das spricht echt nicht so sonderlich für deinen Verstand, wenn der lang gedauert hat das war nicht aber boah, das war voll der geile Boost, ey, voll der Sani gebürst, ey boah, Markus, ey was kannst du eigentlich, und sowas nennt sich Veteran, das ja eine Unverschämtheit ist das ja ein Scheiß kannst du hässlich bist du ja, ich bin ganz richtig rip 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 Alter, kann der bitte seine Schnauze halten? rip in peace, Junge rip dich zuerst peperoni peperoni, sag ich nur, peperoni peperoni oh, fast holy macaroni, ey wer ist denn das, der im Hund draufsteht? he 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 putter mit he 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 what do you mean? oh nein, hör auf, weil ich hasse diese Sonne ja ich stehe, der ist so langweilig und kacke Nein! Mach hier mal Tore, ich bleib mal ein bisschen hinten. Nein, ich hab... Ja, danke. Bitte? Oh, jetzt ist es gerade, ich will umschalten. Okay, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Nein, da singt jemand. Halt deine Schnauze. Nein, geh mal, nein. Der singt Colby, maybe, man. This is crazy. I hear my number. Don't call me, maybe. Danke, danke. Bebebebe. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, Alter, es ist die erste Folge. Da redet dauerhaft, ey. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hey, du musst jetzt links öffnen, Mann. Oh, ich bin drüber gehüpft. Oh, Gott, Heiler. Markus, nein. Gib zu, der war witzig. Ja, ein bisschen, ich hab gelächelt. Ja, ich hab gelächelt. Ben, Ben. Alles klar. Junge. Na, die, die, die zu glallysschenden nicht irgendwo in einer Reihe abwenden. Kannst du aber schnell werden. Ben, ich hasse dich. Wenn das weniger als drei Sekunden geht, dann. Ich hab das erst einmal gemacht. Jusel, hey. Jusel. Du, 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 du ja. Da ist wohl noch voll katten das nicht zuhaften. Oh, 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 oh. Uh, uh, oh, 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 oh. Prozent was die Markus mit euch um ein das war es kurz auf Hextas nicht solche Wörter bitte mein Schmuggi also der da der da redet wow der dick der dick in unserem Video gesagt man Ja, und? Nicht solche bösen Wörter, habe ich gesagt. Also, okay. Nur Schwanz. Wenn jemand dick in unserem Video sagt, dann geht das nicht klar. Aber nur Schwanz, ja? Ja. Ausschließlich. Ja. Guter Komponier. Ja. Oh, oh, der kommt. Viel zu gut, aber ich bin ja da. Und kläre die Lage. Ja, ich habe mich gerade 360 Grad gedreht, Mann. Im Flug, also in der Luft. Rot-Kick, Markus. Ja, Mann. Wo kann der Loto bitte mal sein Schnauze halten? Wer, das kann man noch mal zugeben. LB auf dem Controller, keine Ahnung, Wurde. Hm, der war das Handy, wirklich. ist es sonst in der탄끈 alles stur Gone. Nein, man muss das nicht knacken. Aber das kann ich eigentlich sagen, es ist okay. Da hab ich first notifications gelegt. culo 인 Ga madre. Oh, das tut mir so leid, ey. Boah, da hat man mal Skillerflug, ey. Ah, ich weiß, wie man den Zinschreibt. Das ist schon. Das will ich auch. Hab ich das Parade gemacht, ey. Dann war ich. Oh, da flucht er, die kleine Sau, ey. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum guter Letzt nochmal in eine letzte Runde gegen irgendjemand anderes, oder? Okay. Also, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Oh, ne? Hat das eben gesagt? Ja, da. Ja, da geht's weiter und immer noch mit den... Ja, ist ja eh die letzte Runde und so, ne? Alles wie gehabt, einfach nur noch eine Runde. Nö, halt deins fester, Mann. Hör auf, mich zu beleidigen, du Arschloch. Deine Ton und all. Was? Was? David wird super sehen, sag ich mal. Wollt ihr mich verarscht werden? Wollt ihr habt, der hat gewährt, Dein, es gibt so, ob sie das kann auch nicht scheiße. Und jetzt ist es so, dass du siehst, dass du siehst, dass du siehst, wundertbaren Abwehrschuss. Ne, das geht nicht, das war so weit weg. Dann mache ich das auch. Dann ist mal da. Du machst dann. Oh, voll. Dann haben sie eine Vorlage gemacht. Oh, wir spielen gegen Elwitz. Tyrone und Pizzi. Pizzi. Wie ging das nochmal Itzibizidini-Wizzi oder so, oder wie, wie die Witz oder Cesar Stretzi? Halt, nein. Okay. Itzibizidini-Wizzi. Äh. Ich weiß nicht, wie das die Teist. Kennt ihr das nicht? Egal. Wir waren nicht überhintert. Oh, habt ihr das Tor gesehen? Habt ihr das Tor gesehen, Mann? Oh, schaut euch noch mal an, das war das beste Tor, was jemals gemacht wurde in der Welt, ey. Guckst du dir an, ey. Hey, damit hast du das nicht nur mehr berührt? Ja, wir sehen. Ja, Lucci hat nicht gezählt. Halt, nur weil du es bist. Das Spiel hat mir das Tor mehr gegönnt als dir. Das ist ja vorhin, Mannschaft. Oh, echt mal, ey. Immer, wenn ich dich anschaue. Das ist ja vor Lord Schumer. Die sind etwas Besonderes David. Das ist ein Absatz, ein Special. Nah, auch. David, du hast 80 Punkte, du bist schlecht. Und wir brauchen so gut. Trag mal ein bisschen mehr zu unserem Team bei. Ah, ohne Witz. Ja, ganz soft. Sag mir, sie werden die Fressen und es gewusst. Undiga, es hat gar nichts mehr. Ja, ist besser so. Okay. Bin ich heute beleidigt. Was war das? Nein, eben nicht. Bald, da fliegt er. Yay. Oh, vorbeigesprungen. Egal. Hallo, redet mit mir. No, einfach mal. Du schließt den Tor, also gut. Hallo, damit ich hab gesagt, ich sag nix mehr, es hör du auf, auch nix mehr zu sagen, ey. Okay. Markus, man, jetzt hör doch mal auf, damit dein eigenes Turn, ey, das kannst du ja wohl echt nicht sein. Du willst mich echt verarschen, alter. Das ist jetzt schon Tradition nach zwei Spielen, die müssen in den Match einschließen. Das ist das dritte Match, aber egal. Ja, eben, das dritte in den anderen zwei hab ich schon mal. Markus, ich hasse dich einfach mal. Okay. So, ab und tief und damit halt deine Fresse jetzt. Du sollst ja auf zu prusten, Mann. Falsche Richtung. Markus, nicht wie dein Eigentor, ne? Okay, danke. Immer nur eins, immer eins. Eins zu viel, Mann. Doch, dann. Ich hör den Markus nicht doppelt. Ich hör den Markus nicht doppelt. Kör ReMart was sehr gut. Loriz ist aber nicht so schlecht. Schlecht. Markus, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nur ver… Verkäksen. Verkäse. Kill. Kicks! Oh, da, habt ihr diese Parade gesehen, Leute? Alter, da hast du keine Parade, da hast du keine Parade. Das war eine Parade, ich habe den Ball gehalten, also war es auch eine Parade. Ich habe ihn gehalten, das ist eine Parade, hast du verstanden? Ich glaube, du musst noch mal die Schule gehen, um zu wissen, was die Definition von Parade ist. Nicht, ob man Punkte dafür bekommt, sondern ob man den Ball hält oder nicht, in dem Fall sogar den Puck. Ich habe dich nicht gehört, deshalb macht das nichts. An allen Zuschauern, der festige Wesen, nicht gewohren Sohn, schickt nach Magik. La 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 la, redet da jemand mit mir? Hey Leute, redet wieder mit mir. Aus den Ohren, aus dem Sinne eher. Oh, schon wieder in eine falsche Richtung. Alter, diese ganzen Fliegen hier, dieses Gesumme, ey, das ist ja voll ätzend, Alter. Oh, oh, oh. Hey, was ist los? Und alle, wie die sich die TGW macht, sie müssen sich nicht liken. Und die, was die TGW macht, können sie gerne rein. Mit dir nicht Qualität und keine Schätze quasi. Wir haben weder noch. TGW, die sind mal nicht zufrieden, sie sind sieben schon wieder. Ach. Ja. Alles klar. Kein Gesprächsthema mehr. Ja, sucht euch mal jemand anderen, auf den ihr rumhackt, ja? Nein, bitte nicht auf den Tipp nur gemacht. Das hat nicht geschafft. Nicht. Oh, das haben wir, glaube ich, in der Tasche, oder? Dank mir natürlich. Dank meinen Paraden. Ich hab für die Paraden halt keine Punkte bekommen, das Spiel weiß ich halt gar nicht. Doch, natürlich. Wenn ich einen Ball verhindere, dass der ins Tor geht, dann ist es auch eine Parade, ja? Der Ball verhindere, ja, dann verhindere du mal den Ball weiter, ja? Ich verhindere, dass der Ball ins Tor... Das ist ein Punkt übrigens zu Spacko. Der Ball verhindern. Was, Kindermann? Was, Kindermann? Okay. Das ist ein Flugzeug, nein, das ist verhindern. Pädoy? Pädoy meinst du natürlich? Hehehe. 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 Hey, David, bist du ein Pädoy? Hehehe. Hehehe. Bin ich ein Pädoy? Nein, ich bin Kack Pädoy. Hehehe. Hehehe. Ich wollte eigentlich Pädoy sagen. Und da hab ich ausausehen gefragt, ob du ein Pädoy bist, und das fand ich witzig. Ja, du verstehst halt keinen Humor, ey. Meine Güte. Du kannst dich reden, noch schlimmer. Wenn ich ticke, wieso einen Tag zu mir wird, ich schwöre ich bekommen, dass ich krebs. Dann wird damit aber schon zehnmal an Krebs gestorben. Das ist halt eine schnelle Toleranz für Känzer. Ey, wir sind rausgegangen, ihr Spackus. Das ist auch noch nicht vorbei. Ja, weiß ich doch. Ich wollte nur noch ein wundervolles Gespräch zum Ende bringen. Lassen, euch, zum Ende bringen lassen. Lassen Sie das so. Okay, keiner sagt man tschüss oder so. Du bist ja Aufnahme. Na, und dann müsst ihr ja auch tschüss sagen. Ja, ich danke auch und sage auch tschüss, ja. Die Firma, danke. Ja, mhm. Na, aber, du meinst, ich weiß, es war uns wie immer ein Volksfest. Sagt mir das so, ja. Ja, es macht mal wieder nicht Werbung für VW, ey. Das war ich nicht. Was ist das? Also tschüss, ne? Ja.